ziel da kann ich mal mit den leistungsstand und gucken ob alles okay ist mit dem ton gamer sucht die und dann leerzeichen leerzeichen nennen frei mit f groß ja voll vielleicht bin tot so ich hatte keine waffe da finde ich nicht ich verpiss mich warte hatte lediger der ist nicht hier du kannst es jetzt zu mir kommen bitte bruder mach egal die scheiße auf den wo lieber mich bitte die macht ihr zu ich habe 16 16 bitte holen teiler 10 hinter dir blockieren doch vor allem kommt immer mit licht wird frei 17 warte ich schreib das mal leute sorry ihr könnt jetzt gerade nicht film 18 18 live stream ich gerade schreib mal was im chat wenn ich gerade leiste schreib mal was im chat schreib mal was im chat ja dann müsste es sein schreib was im chat profilbild ist ein junger mit zwei profilbild ist junger mit zwei spielen vor dem kopf stimmt ist so ein junger mit zwei spielen vor seinem kopf und weiter beregnet er ohne auf reine hin auf k nach nach in macht man bereits und die anderen zwei spaßten soll noch dieser weg kriegt mal leute wie hier ja machen Was? Ich bin jetzt fertig. Hallo. Blas. Hallo. Hallo. Mach breit! Jungen, du kleine Schrampe, mach doch dabei! Warum? Ja, ärgert! Was ärgert du? Ärgert ein Bälle! Geil, egal! Ich hab so geile Haare! Ich hab meine Hände, ich hab so geile Ich hab meine Hände! Ich hab meine Hände! Ich hab meine Hände extra in meine Gurgel gestellt, damit ich natürlich schlucke! Sorry, Leute! Fancy! Nee, ich hab's am Puppe! Nee, Digga, das ist mein Onkel Wunder, der heißt am Puppe! Mein Onkel wohnt da! Mein Onkel wohnt da! Mein Onkel wohnt da! Mein Onkel wohnt da! Und dann ist das Landscheune! Ich geh die Kür müssten! Also bei mir ist einer! Du, wie low er war! Läuft! Läuft! Jaaa! Warum? Junger, warum? Ähm! Was ist das denn? Buchstaben, lol! Ja, ich bin grad dabei! Aber ich hab keinen für live! Das ist halt scheiße! Wir haben ihn voll! Schnauhe! Ruhh, ich hab keinen für den Gehe, ne? Ich hab auch noch einen jokingo! Ich hab auch noch einen Gehe! Bucke! Oh, mach mal jetzt! Das ist doch ein wie! Abonnenten, lasst uns auch. Leute, Mikrofon, bitte. Bitte. Juni, ich kann nicht trinken. Ich kann nicht trinken, den Leif. Ich war zu kurz. Scheiße. Ich komme gerade ganz kurz raus. Bruder, der war laut. Der war auch nur laut. Mach mal Musik aus, Digga. Mach mal echt Musik aus, Digga. Okay, ich blockiere dich. Ich mach eine Stimme. Ich steig dich stumm. Teiler, du kriegst deswegen Copyright Strike. Das weißt du schon. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ich hab... Ah, ne, ich sing das lieber jetzt nicht. Sonst krieg ich auch ein Copyright Strike. Bruder, sei leid. Warte. Sorry, Leute. Für jeden, der gerade Kopfhörer hat. Muss aber sein. Okay, Bruder. Warte. Ja, Bruder. Ja, Bruder, da kommt nichts raus. Da kommt kein Rübser draus. Warte. Ja, Bruder, der war so laut. Warte. Nein, den Ganon würde ich es besser rumschalten. So kann ich auch nicht... Jetzt bist du doch nur ein Versuch. ja genau genau du bist neidisch weil du sowas nicht kannst ja wenn wir trotzdem hier sind auch gegner die gar nicht explosion war mal okay war zu kommen aber das gott mir meine glaube ich reingegangen da ist sie denn ein deines hier dann muss auf kann die armen auch so du bist tot bleibt stehen digga so ein larry digga so ein großer larry hast du raketen laufer moni habe ich dir geschenkt auf irgendeiner basis ich bemerkst du mal meine junge ich habe keine weil nun ist relativ ja lecker vor allem ich habe die texen und die grüne ist grüne texen ich habe ich habe weißt du hast du kriegst das bessere ist ich habe eine ganz normale grüne niemand hat das kann sich um den gruppen hier teiler teiler wo bruder muss los warte nämlich märkte abbrechen ne 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 rote was netziger dieser passt unnormal gut zu dem bruder was ist geschehen weißt du das sieht unnormal gut aus nimm die starke mit wenn du kannst ja ja da hinten ja komm mal geil da oben die haben auch nicht wetter teiler die von hinten geh von hinten geh von hinten von hinten ja ich bemerkst nein die auf den der mit waffen die mit dem auf der waffe ne 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 nicht auf den sauber finde ich hier finde ich es block 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 weiter block weiter nein block weiter vertrauen ja kriegst du kriegst du das über dir da war der slow kriegst du kriegst du ja ich schlag alles kaputt ne eine kaste die das heißt darauf schafft drauf er kann er belegt sein bei dir nicht wieder hätte die so jung ist ja ja keine ahnung klar du hast ja mal geholt das war schon mal gut kannst du mir nicht mit mir bringen wir snapper danke und du hast tag kommt wieder warum ich hast du nimmst am piebel erst mal erst mal ich glaube erst mal aktivieren ich vertraue mir dass wir passen aber viel mehr zu dem skin sind einfach aus dem grund beim helm wenn der stadt der liste dort ist der rote erwarten das ist eine waffe ja geht gut geht durch das ist meine tag wieder ein bruder muss man durch die musik man rakett war von munition und meiner munition und meine funktion die hatten nichts gutes oder ein paar mits müssten wir auch können er kommt mir entgegen die brauchst du musst du brauchst sind bei den minis auch munition kommen wir bitte mal munition danke danke passt auf den gegner bach dann hat er nicht wird ein bruder wenn der jetzt gegner warum können wir ich habe ich habe gerade verfahren du nimmst du dich mit lauzex brauche er bruder kannst du mir zufälligerweise links geben raketen munition ich habe hier nicht kaputt damit sie wissen sie hier sind und deswegen ist nebel das heißt wenn wir nimm nicht die lichtwetter in der hand behalten kommen hier warte sucht den busch durch den buschen neben du kämpfen kannst du geh nicht zum bleib nicht von der ok als ob du mich so gut sehen die gar beide die stücke auch da die eine piste oder mit und die ich glaube ich bin beides von live ich hoffe diesen röckelte nein jetzt habe ich den schweiß drauf oder hast du zufälliger weise aber ich kann gerade nicht heißt ich kann nichts nicht nehmen ein schwer nicht wert als was als granat aber dann hat es schon okay ich lasse empfehlen du kriegst das heißt die sehen eigentlich so gut fisch sind halt ungewiss ich sag's mal so geben ich schieß noch nicht nicht ohne mich teiler von wo sind die wirklich markiert sie sind da sorry die das soll ich kann nicht gleich bist du hast du das mit kette das sind das das verkehrt hat auch noch 3 mit kürzungen bg sag ich sagst du so mp ja wenn du tactical hast und hast du haben hatten die apg oder gehen niemals im leben jetzt baufeil du weißt bescheid ich habe 14 schuss ja mit metall und dings mit metall und stein dann ist es bin ich heute warte warte bleibt hinter dem berg bleibt am berg warte ich gehe nämlich mit dings drauf mit die wissen noch nicht dass wir kommen ist besser dass sie sind keine der luther bis noch da ja egal wie bei uns war oder die hier vorne geht nicht geht lieber machte man es ist jetzt schon werden gesniped ich weiß nicht abhaben er war zu werden egal schaust drauf weil er wirklich ich hätte gesagt bleibt da wo wir damit hätte er gerade nicht so hart veräumt das kann mehr veräumt als ich habe naus mutter wir müssen sollen wir auf wasser kämpfen ich weiß nicht was auf wegen die anderen wir müssen glaube ich wasser base machen oder ich sehe ich sehe dann hätte ich mal was du da hat mit das wasser bestiger pass auf dass du nicht der nebel kommt wie das der nebel könnte und so hat zum vorteil werden kommt wasser best nene nicht hoch nicht die werden uns so unterschießen dass wir nur auf unser holz land vertrauen macht lieber nicht vertrauen wirklich teilen unter geschossen tot ja der trifft ich werde es wurde gesmappt was auch die haben auch schon mal ich so 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 ich habe keine munition ist aus oder der sohn um ein laser teilen holst du sie das so dass die größten laser die ich hier gesehen habe dann stand 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 trotzdem die leger habe ich ihn genockt oder wer oder der eine den du geholt hast du denn du hättest in leistung sehen sollen wie ich denn wie ich den logo geschossen habe guck mach mal mein leichter mann guckt wie leute sich geschossen er hat doppel headshot kassiert heißt sogar bei sie geworden sogar ich war sogar ganz tot ich bin Nein, 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 nein. Äh, Brun. wieder bei ihnen und sollte jahre bruder war aber anders rasiert haben würde hast du gesehen wie laut ich dann eingeschaffen habe ich habe oder wir haben anders versiert ich habe die ich habe dir die ganzen kürz vorgelegt ich bin halt derjenige der die wenn du pushen gehst ich bin derjenige der weg abgibt zum beispiel junge ich glaube nicht dass sie ihn geholt hätte sich nicht laut geschossen muss ich dazu sagen junge der während du ihn angriffen hättest hätte er sich schon der katzen bekommen bitte kommt zu mir bitte 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 sagt ich lauf gerade einfach durch halb sollte ich glaube einfach durch halb sollte niemand hat mich bemerkt soll roffelix ich bin im bus rein ja ich bin im bus rein danke 18 hatte ich guck ich war hier bei dem haus ich bin so rüber gelaufen warte habe ich gerade da hinten sind solche mache machst du mein kaputt ja warte in der Nein! Er fülle ich die Gäste aus dem Klingel. Er hat sich mal nicht weggenommen. Kein Bock mehr. Er hat sich einfach mal den Schritt genommen. Ich hab halt erst gemacht, so. Egal. Ich schwimme schon 36 Minuten. Na und? Der hier runter hat aber gefühlt 15 Minuten. Das weißt du schon. Hä? Ja, okay. Mann. Ich streame gerade. Leute, meine Mutter. Meine Mutter fragt mich gerade. Scheiße, ich möchte jetzt nicht wundern. Mach dein wenigstens die Tür wieder zu. Ich streame. Man hört deine Stimme, das weißt du schon. Oh, scheiße, stimmt. Soll ich vorbeikommen? Die vorbei? Komm, äh, Tyler. Äh, ähm. Was hast du vorhin? Wie ein Schaffnudel. Ähm, hast du die schon mal probiert? Lass klar sein. Und? Mann, schau. Ich hab gestern mein... Lass mal hier, ich geh mal hier hin. Ich war hier noch nie. Ja. Kann man daraus keine Waffen? Okay, nur nimmst du den rechten, als klotz ich nimm den linken. Also, ich nehm den hier, ich nehm den hier. Ich nehm den hier, der hier ist. Nee, das ist kein Eis. Ich nehm den. Ich nehm den aus dem ersten Eckplatz. auch... ... Ich hab ein Nimm-Sniper. Ich hab ein Nimm-Sniper. Oh, was ist hier gut? ja da kam nichts raus ich hab da so eine halbe stund rum für nix nicht weiter der junge gibt mir ist nicht mehr so ein garm Fall raus und siehst doch eine halbe Stimme aber dieses Picklese gibt es eine Morbine, oder was ist das jetzt also? aber es ist die Person im Fall, es ist die Person im Fall und diese Person im Fall es gibt doch einen sohn und immer großen verlass ich weiß aber nicht mehr ist ja irgendwo da ja irgendwie so ein normal großer eisklotz war das ja teilweise kommst du hieß mit dem mini denn sie wird es besser und verbrauchst du bist du schon gegner im klasse übrigens bei mir er war aber wo auch meine heimaten da wo das meine das meine kommt meine kommt wo das ist in der junge goldene pump der auf dieser kiste sofort über den pump bekommen der arme ja habe ich gönnen die hat gar nichts ja wo ich hab fünf ein bisschen drei stücke jetzt haben wir beide neun stimmt deswegen ist er wir können halt immer im lassen der vom anderen gucken wie viel munition der hat die munition brauchst nicht voll wenig habe ich so wie bei max immer was macht es sehr oft der mag doch das ist sehr sehr oft ja was hier ist eine kiste ich habe noch ein geschenk zum.com irgendwo da in dieser kann ich bin aos rossel sind als ob du hilfe brauchst Auf der anderen Seite noch. Spitzer? Bruder, er riecht so noch mehr auf. Er versucht. Kleiner, mach runter. Schieß, sauber. Er hat ne Eis, gönn die. Ey Bruder, gönn mir die blauen Pi. Nimm da nicht Schreck. Ja komm, mach. Sauber. Ich lag kaputt. Ja. Sind wir. Da kommt halt echt nicht. Film? Locker. Locker. Das wird gleich der Team. Das hat. Hast du Lina? Ah ja, hat das Lina. Okay. Im Tennis glaube ich nicht. Wirklich? Ja moin. Ja moin. Ja moin. Ja, vielleicht hat das jemand platziert. Alles stimmt. Ja, ich hab's gehört. Hättest du aber nicht gemacht, bitte. Da hinten war glaube ich einer. Ja, da drin ist einer. Ne, warte. Das ist erstmal so. Ja. Und dann mittel schweckt. Auf 3. Zone. Ich hab's wenigstens besser was. Ähm. Ähm. Wird da nur kauft. Du weißt es nicht. Gold. Ich komm doch. Diese Teppichern. Ich weiß drauf. Leicht, leicht auch schon mal die nächste. Hm? das kennt die runde können wir gewinnen so zwei stunden lang sogar stunde zwei stunden bruder wir können den fluss nehmen die zone es geht ja okay ich habe zwei legendäre waffen sogar ich hätte letzte um sie gar keine einzelne gegner der hat mich bemerkt ist aber ein bot ist ein bot der hat mich sogar er bruder ich komme dann da drin das läuft ja oder geschenkt das solo aber hier waren zwei mit kids sind bei der gegner das war es ich finde die halte man kann da hat auch kein team hatte hatte er hatte noch einen mini oder man braucht nur ein snappel den jacken baut sind scheiße 1 hat 90 1 hat 90 ja die haben die haben echt schild wir haben sehr viel steht mach lieber nicht teiler wurde gesnaps teiler ja wurde danke teiler obwohl toilette ich mache jetzt den nächsten joker